Herzlich Willkommen zur vierten Ausgabe des Eurobike Magazins. Wir beschäftigen uns heute hauptsächlich mit der Eurobike in Friedrichshafen. Als Trendmesse der Branche zeigt die Eurobike bereits jetzt die Neuheiten des nächsten Jahres. Rund 500 Firmen aus 21 Ländern präsentieren auf 50.000 Quadratmetern alles rund ums Bike. Ein Showprogramm der Extraklasse gehört auf der einzigen reinen deutschen Fahrradmesse natürlich auch dazu. Edle Komponenten zeigt der Stand der Firma Marine. Denn neben kompletten Bikes vertreibt das Unternehmen auch aus den USA importierte Hightech-Teile. Dazu gehören Schaltsysteme, Ritzel, Tretkurbeln, Bremsen und Leichtlaufnarben oder auch Schnellspannvorrichtungen. Mit diesen Adventure-Components kann jeder sein normales Bike individuell tunen. Für großes Interesse sorgt das Full-Suspension-Bike von Manitou. Weil ein vollständig gefedertes Rad wegen des hohen Gewichts bisher nur für den Downhill-Einsatz sinnvoll war, bietet diese Neuentwicklung nun auch größten Fahrkomfort im Cross-Country. Die extreme Leichtbauweise bei den Federelementen reduziert das Gewicht um bis zu 30%. Hier das Full-Suspension-Bike, mit dem Jürgen Benecke im letzten Jahr Downhill-Weltmeister wurde. Wer weniger Wert auf Federkomfort als auf Design legt, ist mit einem Bike von Saiko bestens bedient. Bei den City-Bikes im Cruiser-Look steht die Form im Vordergrund. Trotzdem ist natürlich auch die Funktionalität garantiert. Das leichteste Serien-Mountainbike der Welt kommt aus Österreich. Hersteller ist die Firma Steinbach aus Oberndorf. Christian Steinbach, der ehemalige Weltmeister im Drachenfliegen, hat Indie-Bikes seine Erfahrungen aus dem Drachensport eingebracht. Herausgekommen sind Räder mit einem Gesamtgewicht von unter 8 kg. Der Rahmen beispielsweise ist aus einer besonders leichten, aber dennoch stabilen Aluminiumlegierung. Er bringt gerade 1200 g auf die Waage. Alle drehenden Teile hat Steinbach selbst entwickelt. Die Kugellager wurden durch leicht laufende Nadellager ersetzt. Durch das niedrigere Gewicht spart der Biker bis zu 20% Kraft. Ein Steinbach-Mountainbike einmal hochzuheben, ist ein echtes Aha-Erlebnis. Selbst der Nachwuchs hat damit keine Probleme. Doch nicht nur Technik, sondern auch Mode hat ihren Platz auf der Eurobike in Friedrichshafen. In einer großen Gemeinschaftsmodenschau verschiedener Hersteller erfährt der Biker alles über die Bike-Fashion 95. Und zwar Look von 본ativen Geist. Untertitelung des ZDF, 2020